Es ist soweit. Heute ist der letzte Tag meiner Ausbildung. Zuerst muss ich die theoretische Prüfung bestehen. Ich habe das Ding in der Tasche. Als nächstes folgt die praktische Prüfung. Joa, ich bin nervös. Wenn ich die bestehe, habe ich endlich meine Lizenz. In Zukunft muss ich mich immer selber checken. Ohne Lehrer. Der ganze Flieger feuert mich an. Und Pina sowieso. Ich zeige Pina, was ich gelernt habe. Ich glaube, sie ist zufrieden. Und ich bin überglücklich. Und unendlich dankbar. Das ist die P macht es zufrieden. Das ist die P essa type. Bis zum nächsten Spenden. Untertitelung des ZDF, 2020